5, 4, 3, 2, 1, und Liftoff! Dann sieht man, es gibt auch immer noch der Spacecar, das er mittlerweile in der ganzen Welt bekannt ist. Es wurde neulich berichtet, der Spacecar sei in Rom gewesen, auf dem Vatikan. Vor dem Vatikan war er auf dem Betätersplatz gestanden. Hunderttausende von jubelnden Menschen, die alle noch schrien, Halle Günther, Halle Günther, besuchten Breizke. Und man war stolz, den Günther Breizke zu sehen. Da kam eine Stimme aus dem Hintergrund und sagte, wer ist der Kerl eigentlich, den Günther Breizke? Oft hat er gesagt, das ist der Papst. Untertitelung des ZDF, 2020